Bayezidi, genannt Yildirim, der Blitz, war 1389 bis 1402 Sultan des Osmanischen Reiches Leben. Bayezid folgte seinem Vater Murati auf den Thron, nachdem dieser 1389 bei der Schlacht auf dem Amselfeld getötet worden war. Sofort ließ er seinen Bruder Jakob ermorden und begründete damit eine lange Tradition. Der Brudermord beim Amtsantritt war bei den Sultanen des Osmanischen Reiches bis ins 17. Jahrhundert gängig. Seine Mutter war die valide Sultan Gülzitsche Khartun, die aus Griechenland stammte. Bayezid heiratete zuerst der Flitscher Khartun, Tochter des Emils von Germinian, zu deren Mitgift Kütahüa und angrenzende Territorien gehörte. Sie war die Mutter Mehmetzi, der 1413 Dekasekunden Osmanische Reich wiederherstellte. Zwei Jahre vor seiner Thronbesteigung heiratete Bayezid eine Tochter des byzantinischen Kaisers Johannes Palaiologos. Er war zudem mit Oliveira Despina vermählt. Seine Feldzüge waren zumeist sehr erfolgreich. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt eroberte er 1391 und 1392 mehrere westanatolische Baylix wie Aydin, Germian und Mentese, die sich beim Thronwechsel mit den Karamanen verbündet hatten einer mächtigen zentralanatolischen Dynastie. Anschließend belagerte er die Karamanen-Hauptstadt Konya und er zwang so eine Anerkennung seiner Eroberungen durch die Rivalen. Für eine Eroberung des Baylix blieb aber keine Zeit, da der neue byzantinische Kaiser Manuel II. Palaiologos, der dem Osmanenreich eigentlich tributpflichtig war, sowie die Wallachai und Bosnien begannen, osmanische Gebiete in Rumälien zu besetzen. In einem Blitzfeldzug machte Bayezid diese Entwicklungen rückgängig. 1394 wurde Bulgarien erobert, 1394 wurde die Wallachai zu einem osmanischen Vasallenstaat. 1395 erlitt er aber bei Rowein eine Niederlage gegen die Truppen des wallachischen Wojvoden-Mische-Cel-Batran und ihre Geriataktik. Nun wandte sich Bayezid gegen das oströmische Reich, dessen Territorium fast nur noch aus der Hauptstadt Konstantinopel bestand. Durch geschickte Diplomatie gelang es ihm, die venezianischen Getreidelieferungen an den Bosporus zu unterbinden. Er ließ die Festung Anadolu Hisari auf dem asiatischen Ufer des Bosporus errichten und schloss Konstantinopel zu Lande und zu Wasser für sieben Jahre ein. Vom drohenden Fall aus Droms aufgeschreckt organisierte der ungarische König Sigismund einen Kreuzzug, an dem vor allem burgundische Ritter und Kriegsknechte teilnahm. Im September 1396 errang Bayezid in der Schlacht von Nikopolis einen glänzenden Sieg über die Kreuzfahrer. In der Folge drangen seine Truppen bis nach Nordgriechenland und Sömien vor. In der Zwischenzeit hatten die Karamanen die Gelegenheit der Abwesenheit des Sultans genutzt und sich wieder ihrer alten Hauptstadt Ankara bemächtigt. 1397 erlitten sie aber eine vernichtende Niederlage und verloren ihr Territorium an das Osmanenreich, das Bayezid in den neuen Bayer Beilig Anatolien integrierte. Er griff auch weiter nach Norden und Osten aus, eroberte Sinope, Eretna und 1400 Ersincan. Dadurch berührte er jedoch den Machtbereich des türkmongolischen Herrschers Timur Lenk, der dabei war, von seiner Heimat Trenz Oxanien aus ein Weltreich aufzubauen. Um gegen diesen Gegner gewappnet zu sein, befahl Bayezid 1401 die Belagerung Konstantinopels abzubrechen. Ließ sich den Abzug seiner Truppen vom Kaiser aber teuer honorieren. Manuel II. musste sowohl eine Wiederaufnahme der Tributzahlungen versprechen als auch die Einrichtung einer Moschee und die Einsetzung eines Kades in seiner Stadt akzeptieren. Die Auseinandersetzung mit Timur verlief ungünstig. In der Schlacht bei Ankara am 20. Juli 1402 unterlagen das Osmanische Heer unter Bayezids Kommando einer Übermacht von türkmongolischen Kriegern. Der Sultan geriet in Gefangenschaft und starb einige Monate später in der anatolischen Stadt Akşehir. Seine Söhne akzeptierten die Sozerenität Timurs und teilten das Osmanische Reich untereinander auf, sodass es ein Jahrzehnt lang keinen alleinigen türkischen Sultan gab. Bis zu dieser Katastrophe war Bayezid ein sehr erfolgreicher Sultan gewesen. Unter seiner Herrschaft hatte das Reich mit 690.000 Quadratkilometer seine bis dahin größte Ausdehnung erreicht. Durch Handelsprivilegien für die Seerepubliken Genua und Ragusa trug er auch ökonomisch zu einer Öffnung seines Reichs bei. Auch als Bauherr betätigte sich Bayezid etwa bei der Errichtung der Hafenanlagen von Gallipoli oder der großen Moschee von Bursa. Als erster osmanischer Herrscher wurde er vom Kalifen, der damals in Kairo seinen Sitz hatte, zum Sultan und damit zum obersten Glaubenstreiter für den Islam ernannt. Rezeption Die Geschichte vom einst mächtigen Sultan, der im Kerker des grausamen Emils verschmachtet, regte viele Künstler zu fantasievollen Gestaltungen an. Der englische Autor Christopher Malo verarbeitete den Stoff in seiner Tragödie Tambourleine The Great, die 1587, 88. Uhr aufgeführt wurde. Der Umgang mit Bayezid wird darin als eine von vielen Akten der Hybris geschildert, die Tamalan schließlich mit seinem Leben bezahlen muss. Der französische Barockdichter Jean Magnon konzentrierte sich in seiner Tragödie Le Grand Tamalan Nebeljeset dann ganz auf die Begegnung von Emila und Sultan, ebenso Georg Friedrich Händel, dessen Opa Tamalano 1724 in London uraufgeführt wurde. 1735 brachte Antonio Vivaldi seine Opa Bayezid in Verona auf die Bühne. Auch in populären Geschichtswerken wurde die Geschichte immer wieder erzählt. So etwa in Josef von Bülusz 1860 erschienenen Memorabilien aus der europäischen Geschichte für anziehende Weltbegebenheiten, für die der österreichische Zeichner Johann Nepomuk Geiger fantasievolle Illustrationen schuf. Der polnische Historienmaler Stanislav Klebowski schuf 1878 sein Ölgemälde Sultan Bayezid von Tamalan ein Gückerkat, das heute in der Gemäldegalerie der ukrainischen Stadt Lemberg zu sehen ist.